2. Könige 18 Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte mit euch gerne ein paar Zeilen lesen aus 2. Könige 18. 2. Könige 19 haben wir immer wieder schon mal angeschaut in Verbindung mit der Wiedergeburt Jerusalems, weil das eine ganz wichtige Stelle ist, weil Hiskia dort über seine Hofbeamten, dem Jesaja, eine ganz bestimmte Sache ausrichten lässt, dem vorausgeht aber, dass Jerusalem belagert worden ist, angegriffen worden ist von den Assyrern und das war im Jahr 701 vor Christus und dem ging eine nervenzerfetzende Rede voraus, die der Rapschake, der Feldhauptmann, der Offizier des Sanherib in die Stadt reinruft und diese Rede schauen wir uns mal an, weil die ist für uns auch interessant und auch wichtig, weil der Teufel mit uns genau dasselbe macht. Im Prinzip kommt der Sanherib nach Jerusalem und ruft in die Stadt rein und sagt, gebt auf, ihr habt keine Chance, ihr habt nichts, ihr könnt nichts, ihr seid nichts, Gott ist nicht mehr bei euch, kommt zu mir, seid nicht so streng, seid nicht so eng und er versucht dort die Leute von Hiskia abspenstig zu machen und abzuwenden, damit er die Stadt Jerusalem einfacher einnehmen kann und da denke ich immer so an dieses Lied, ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen und ich glaube, dass die Verse durchaus auch in der Zeit heute uns was zu sagen haben, in der großen Not, die uns hat betroffen, heißt es im Lied. Ich lese mal die Verse, 2. Könige 18 von Vers 17. Wie gesagt, das ist das Jahr 701 vor Christus. Sanherib ist in Israel eingefallen, hat Israel gefangen geführt, ist in Judah eingefallen, hat Judah in die Gefangenschaft geführt und jetzt ist Jerusalem komplett isoliert und in der Stadt sind Hiskia und Jesaja und erleben die Belagerung zusammen mit den Leuten dort in Jerusalem. Da steht Vers 17, 2. Könige 18, Vers 17. Und der König von Assyrien sandte den Tartan, das ist praktisch der oberste Heeresleiter, und den Erzkämmerer und den Erzschenken oder den Rapschaken, sagt die Elberfelder Bibel, dann ist es praktisch so der Minister, der stellvertretende Offizier für den Sanherib, sandte sie von Lachis zum König Hiskia mit großer Macht gegen Jerusalem und sie zogen herauf. Da ist jetzt die Frage, waren das jetzt 185.000 Soldaten, wie man später dann ja auch liest, die der Engel in einer Nacht getötet hat und dann der Sanherib wieder unverrückte Dinge nach Hause gehen musste oder war das nur eine Vorhut, die er geschickt hat? Auf jeden Fall kann man sich gut vorstellen, wenn die nach Jerusalem raufkommen und man hört die Trommeln und die Juden sehen die Staubwolke und sehen die Kriegselefanten und sehen die Pferde und die Fahnen und vielleicht haben die Prostaunen oder Trompeten dabei gehabt. Also das war ja auch psychologische Kriegsführung. Man sieht ja auch hier, der Rapschake ist ein sehr intelligenter Mann, hochintelligent, sehr klug und ich könnte mir vorstellen, dass die da eine riesen Kulisse aufgebaut haben und demgegenüber waren die Juden in Jerusalem eingekesselt, die Stadt überfüllt, die Leute übernächtigt, die haben ihre Häuser abgebrochen, um damit die Stadtmauer zu befestigen, die haben einen Tunnel gegraben, ja der Hiskir hat diesen Tunnel gegraben, um eine Wasserleitung in die Stadt reinzuführen und von der Gihon-Quelle, damit sie die Belagerung auch gut aushalten können. Die haben die Bäume abgehackt, die haben die Quellen rund um die Stadt rum alle zugeschüttet und auch die Zisternen zugeschüttet, damit die Belagerer kein Trinkwasser haben und die sitzen jetzt in der Stadt Jerusalem ohne Aussicht auf auch nur irgendeine Chance zu überleben. Ja, die erwarten eigentlich ihr Schicksal. Die Assyrer waren extrem grausam, ja, so grausam, dass man das hier auf YouTube wahrscheinlich überhaupt nicht sagen kann, was die so zum Teil da mit ihren Leuten gemacht haben. Schaut mal, im Internet könnt ihr mal googeln oder in Wikipedia Schinden, Schinderhannes, was Schinden ist, ja. Das waren sehr grausame Könige und es wäre sehr viel vernünftiger gewesen, wenn die sofort aufgehört hätten und kapituliert hätten und wären auf die Worte des Rapschaken eingegangen. Aber hier geht es eigentlich um eine Glaubensprüfung, nicht um eine Sache der Vernunft. Also die ziehen mit großem Gepränge dann rauf nach Jerusalem, mit großer Macht und sie zogen herauf und da sie hinkamen, hielten sie an der Wasserleitung des oberen Teichs, der da liegt an der Straße bei dem Acker des Walkmüllers und riefen nach dem König. Da kam heraus zu ihnen nicht der König, sondern Hiskia schickt seine Hofbeamten. Eliakim, der Sohn Hilkias, der Hofmeister und Sibna, der Schreiber und Joach, der Sohn Asafs, der Kanzler und der Erzschenke sprach zu ihnen. Sagt doch dem großen König Hiskia, also das müsste man eigentlich jetzt theatralisch vortragen, wie ein erfahrener Feldherr mit rauer, lauter Stimme nach Jerusalem reinbrüllt und seine Macht zeigt, der hat vielleicht seinen Ball dahinter aufgestellt und dann sitzt er da drunter und rechts und links sind zwei, die ihm Luft zu fächeln und rechts auf der Seite stehen 2000 Pferde und links stehen 2000 Pferde und dahinter Kriegselefanten und seine Truppen hat er mitgebracht. Das ist eine große Drohkulisse, die man sich da vorstellen muss und der ruft mit lauter Stimme nach Jerusalem rein. Und der Erzschenke sprach zu ihnen, sag doch dem König Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien. Was ist das für ein Trotz, darauf du dich verlässest? Meinst du, es sei noch Rat und Macht zu streiten? In anderen Übersetzungen steht, was ist das für ein Vertrauen, mit dem du vertraust? Du sagst, für wahr ein bloßes Wort ist schon Rat und Macht zum Krieg. Das war damals so, dass die Assyrer gegen die Ägypter gekämpft haben und die Ägypter gegen die Assyrer und die haben beide versucht, die Vormachtstellung im Nahen Osten zu bekommen. Und in der Mitte lag halt Israel und war immer leidtragender, egal wer da gerade das Land zog und das Land verheert und verwüstet hat und ausgeplündert hat. Zu der Zeit war es so, dass die Ägypter auch gegen die Assyrer gekämpft haben und Hiskia wohl eine lockere Absprache mit Ägypten getroffen hat und die Ägypter ihm gesagt haben, also wenn der Assyrer dich angreift, dann helfen wir dir. Aber es gab keinen konkreten Vertrag dazu, es gab kein festes Vertragsverhältnis zwischen den beiden. Und darauf spielt jetzt der Rapschake an und sagt, was ist das für ein Vertrauen, das du hast? Du vertraust auf Ägypten? Glaubst du ein bloßes Wort, eine reine Zusage, bloßes Wort wäre schon Rat und Macht zum Krieg? Das kann man auch geistlich übertragen und kann sagen, ist ein bloßes Wort hier das Wort Gottes? Ist das schon Rat und Macht zum Krieg? Genügt das schon? Was ist das für ein Vertrauen, was ihr habt? Worauf vertraut ihr da überhaupt? Was ist das für ein Glaube, den ihr habt? Was ist das für ein Vertrauen? Reicht euch dieses Wort hier? Ist das schon genug? Ist es das, worauf ihr euch verlasst? Worauf verlässest du denn nun dich, dass du mir abtrünnig geworden bist? Verlässt du dich auf die Bibel? Ich übertrage das ein bisschen. Verlässt du dich auf die Bibel? Verlässt du dich auf Gottes Wort? Warum bist du mir abtrünnig geworden, dem König der Welt, dem König der ganzen Erde? Wieso seid ihr Christen mir abtrünnig geworden? Worauf verlasst ihr euch? Das ist so die Übertragung, die wir ein bisschen auch während der Verse hier so ein bisschen auch machen wollen. siehe, siehe du verlässt dich auf diesen zerstoßenen Rohrstab auf Ägypten, welcher so sich jemand darauf lehnt, wird er ihm in die Hand gehen und sie durchbohren. Also wenn man sich auf den Stock abstützt und der bricht, dann fahren einem die Splitter in die Hand vom Holz. Darauf spricht er an. So sich jemand darauf lehnt, wird er ihm in die Hand gehen und sie durchbohren. So ist Pharao der König in Ägypten allen, die sich auf ihn verlassen. Das Erste, was er ihm einfach mal nimmt, ist das Vertrauen ins Wort Gottes. Natürlich damals politisch gesehen in die Zusage durch Ägypten, dass Ägypten ihm helfen wollte. Darauf spielt auch mal Jesaja an in einer Stelle. Aber im Wesentlichen geht es hier, oder im geistlichen übertragenen Sinn, geht es hier eigentlich um die Zusage. Ich denke, das dürfen wir auch so anwenden, auf Gottes Wort, weil wir uns nämlich abtrünnig gemacht haben vom König dieser Welt. Das ist die Stellung der Christen in der Welt. Und dann geht es weiter in Vers 22. Da fängt er jetzt an und da wird es jetzt kritisch. Da sät er Zweifel an der Gegenwart Gottes. Ob ihr aber wolltet zu mir sagen, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott, ist es denn nicht der, dessen Höhen und Altäre Hiskia hat abgetan und gesagt zu Judah und zu Jerusalem vor diesem Altar, der zu Jerusalem ist, sollt ihr anbeten? Ja, der Rapschake kennt sich sehr gut aus. Der hat seinen Gegner sehr, sehr gut studiert und der weiß sehr genau, was die Herzen der Männer auf der Mauer bewegt und die dort eingeschlossenen in Jerusalem. Der kennt die sehr genau und der sagt zu ihnen, ihr habt doch die ganzen Götzenaltäre abgetan. Hiskia hat euch doch das geraten. Ja, der Gott, den ihr anbetet, den ihr gewohnt seid, den ihr von Kind an kennt, der ist gar nicht mehr bei euch. Ja, der ist beleidigt, weil ihr habt ja die Antäre von ihm zerstört. Und ihr verlasst euch ja nur noch auf den Gott in Jerusalem und den Gott eurer Jugend, den ihr vielleicht früher im Norden Israels angebetet habt. Ja, denn da sind ja viele Leute aufgrund der vorrückenden Truppen von Assyrien, die nach Süden gedrückt haben, sind viele aus dem Norden Israels dann weiter nach Süden auch dem ausgewichen und sind irgendwann nach Jerusalem gekommen und haben sich dann in Jerusalem Zuflucht gesucht und deswegen war Jerusalem da sehr bevölkert auch. Und im Norden Israels gab es halt immer wieder diese Götzendienerischen Altäre und er sagt, die habt ihr doch alle abgebrochen. Gott ist überhaupt nicht bei euch. Und dann fängt er an und sagt, dann provoziert er sie, ja, er provoziert ihr Ehrgefühl, der lockt die aus der Reserve. Er sagt, wohl an, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Rosse geben, ob du könntest Reiter darzustellen. Ja, der macht eine Wette, sagt, komm, wir wetten. Das ist ein frecher Mann. Das ist ein ungehobelter, ungehöriger, kluger Mann, wie der Feind auch ist. Klug, ungehobelt, schmutzig, frech, laut, ungeschlacht. Ja, der Fürst dieser Welt, der steht vor den Mauern Jerusalems und der schreit nach Jerusalem rein und provoziert sie auch. Ja, der will gerne, dass die sich äußern, dass einer sagt, ah, wir haben aber 3000 Reiter hier bei uns in der Stadt. Ja, sodass er Informationen bekommt von den Eingeschlossenen in Jerusalem. Ja, der versuchte aus der Reserve zu, das ist klug, was der macht. Ja, aber Hiskia hat gesagt, schweigt stille, sagt nichts. Hiskia war zu der Zeit ein junger Mann. Ja, der ist mit 25, ist er König geworden. Hier ist er 29 Jahre alt. Ein kluger Mann, ja, für seine, für seine Jugend. Also der hat sich sehr, sehr gut da vorbereitet und der wusste auch, was auf Jerusalem zukommt. Und wir machen Fortsetzung in einer weiteren Folge, wo wir die Verse dann noch weiter anschauen. Das ist hochspannend, was hier abläuft. Die Luft ist geladen, die ist elektrifiziert, ja. Und der Ausgang dessen, was wir hier lesen, ist etwas sehr, sehr Schönes und sehr, sehr Mutmachendes. Auch für uns, die uns vielleicht manchmal so vorkommen, wie die Israeliten, wie die Juden, wie die Jerusalemer Bürger in der Stadt, die eingeschlossen waren. Aber Gott hat seine Lösung dafür, Gott hat seine Wege für sein Volk damals gehabt und hat es auch heute für uns, ja, für unsere Situation. Dürfen wir festhalten dran. Ich glaube, es sind ermutigende Verse und wir machen in der zweiten Folge dann weiter. Bis dahin wünsche ich alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Amen.